Einmal 1a Wohnlager am Rhein, ohne Rhein bitte. Ohne Rhein? Ja, also die Schiffchen darf man schon noch sehen, aber ein Schiffseinleger kommt mir nicht vor die Haustür. Der war ja aber schon geplant, bevor Sie Ihre sündhaft teure Wohnung gekauft haben. Egal, wir gründen eine Bürgerinitiative und Bürgerinitiativen haben schließlich immer recht. Soweit der fiktive Dialog. Die unendliche Geschichte des dringend benötigten und immer noch nicht realisierten Anlegers für Binnenschiffe in Mainz ist ein Musterbeispiel dafür, dass wir es in Deutschland nicht mehr gebacken bekommen, notwendige Infrastrukturen zu schaffen. Weil die Behörden nicht aus dem Quark kommen und sich die Genehmigungsverfahren über viele Jahre unendlich hinziehen. Weil niemand mehr das Selbstverständliche in seiner Nachbarschaft akzeptiert. Und weil die Politik auf Tauschstationen geht, sobald es unbequem wird. In Mainz haben die Kommunalpolitiker eine erbärmliche Figur abgegeben. Ursprünglich haben fast alle Fraktionen im Stadtrat die Planung des Wasserschifffahrtsamtes akzeptiert, ja begrüßt. Im Zuge der Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen aber reden inzwischen alle den rebellischen Neubürgern im Zollhafen nach dem Mund. Zuerst die CDU mit der Oberbürgermeisterkandidaten Nino Hase. Motto, ich bin so lange unabhängig, bis ich auf eine Bürgerinitiative stoße, auf deren Zug ich aufspringen kann. Und am Ende auch die Grüne Tabea Rösner und die SPD mit Oberbürgermeister Michael Eblink, der sich zunächst noch getraut hatte, für die Binnenschiffer-Partei zu ergreifen. Die Binnenschiffer, denen in den vergangenen zehn Jahren zehn Schiffsanlegestellen zwischen Köln und Karlsruhe ersatzlos genommen worden sind. Die Binnenschiffer, die bei ihrer Sieben-Tagen-Woche auch mal irgendwo an Land gehen wollen. Um Vorräte einzukaufen, um mit dem Auto Freunde zu besuchen. Oder auch um einfach mal einen Abend lang in einer Kneipe ein Bier trinken gehen zu können. Die Kommunalpolitiker machen sich inzwischen einen schlanken Fuß, weil am Ende doch die Gerichte entscheiden müssen. Weil heute gegen alles geklagt wird, was tut und tröt macht und vielleicht ein bisschen nach Diesel riechen könnte. Was für eine egozentrische Gesellschaft sind wir doch geworden, in der sich niemand mehr für die Bedürfnisse des anderen zu interessieren scheint. Kein Ratschlag heute von mir, weil Wahlkämpfer ratschlagsresistent sind und weil man Gerichten keine Ratschläge erteilt. Stattdessen ein Stoßäufzer. Hoffentlich sind die Genehmigungsverfahren für den Mainzer Schiffsanleger juristisch ordentlich vorbereitet worden. Damit die Binnenschiffer wenigstens vor den Verwaltungsgerichten zu ihrem Guten derechtkommen. Stattdessen ein Stoß